Ich mache mir eben noch trinken fertig und wenn ich trinken habe, komme ich wieder. Vielen Dank. 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 Schaut euch diese Finger an. Alles pulver. Ja. Vielen Dank. Das ist mein ASMR. Ich bin eher. Geschüttel. Nicht gerührt. Nicht gerührt. So. 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 Ich habe heute nicht so viel geschlafen. Ich habe heute nicht so viel geschlafen, ehrlich gesagt. Ich war auch gestern bzw. seit morgen noch recht lang live. Ich habe heute, also hier油. nicht wie immer. Ich bin das. Ich bin dafür. Für mehr Tai. Ich bin dafür. Was. Vielen Dank. 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 Hey Trump. Trump, guck mal her. Strom. Vielen Dank. Schlimmer als auf Discord. Mit dem Hallo. Trinkt. Das ist der Teuer. Das ist der Teuer. Das ist der Teuer. Ja. Perfekt. Wir zwei. Wir zwei. Ja. Ja. Das ist der Teuer. Okay. Okay. Über 1. noch eine. Das ist der Teuer. Okay. 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 Das zählen. Okay. Kau. Das hoffen wir. Ich brauche ein bisschen weniger Geld. Lass noch mal in den Strip-Club gehen. Ein bisschen Poker spielen. Gaming. Dann leg ich meinen Arsch mal Richtung Strip-Club. Ihr kommt hier alleine klar. Ein Dieb. Wann der Strip-Club nochmal? Nice. Ein Terrorist. Natürlich. Der bedroht mich zwar gerade nicht, aber es kann nicht schaden, ihm umzuhauen. Was ist mit diesem Mann los? Siege. Wovon redet? Bist du gerade irgendwie geistig? Ach so gesunken. Du wirkst ein bisschen verwirrt Süße. Hier rein. Hi Kollege. Ich habe den Spiegel gekraft. Ich habe den Spiegel gekraft. Ich habe den Spiegel gekraft. Wer ist er geworden? Ich habe ihn nicht mehr zu bieten. Ne 300 ist nicht mehr zu bieten. Egal. Ich bin hier eh immer so ein Zier. Ich habe den Spiegel gekraft. So, wir werden Poker. Nein Poker. Als Blackjack. Super. Ich nehme noch einen. Noch einen. Fick dich. Noch eine Runde. Komm, die Tausender unten. Ne, 2000er unten. Oh, hier. Ja, 20 ist gut. Komm, ich gewinnen. Ha! Noch eine Runde. Oh. Da gehe ich auf keinen Fall weiter. Schon wieder gewonnen. Ich habe mir fast mit der Lautstärke und die Musik ist nicht zu laut. Uff, da kommen einige noch. Perfekt. So macht man Geld. Fuck. Nochmal. Und zählt. Hitler gewinnt. Fuck. Komm, noch eine Runde. Wieder gewonnen. Komm. Fuck. Noch eine Runde. Noch ein bisschen Glücksspiel. Die Musik ist echt laut. Äh, was denn? Wie alt habe ich jetzt? Einiges. Ähm. Einstellungen. Wie alt ist das? Wie alt ist das? Schatten. Wie alt ist das? Okay, jetzt habe ich die Musik, glaube ich, kaputt gemacht. Na egal, der Typ danzt trotzdem ab. So. Ein bisschen Blackjack. Man hört zumindest noch was. Weil man hört noch nicht sehr viel. Einmal Einstellungen. Ein bisschen lauter. Was ist mit den Leuten? Warum geben die mir plötzlich so hart? Ich hasse dieses Spiel. Geht doch. Oh, eine Rothaarige. Geht aber gar nicht. Die hat mich früher verprügelt. Oh. Jetzt ist keine mehr da. Ja, das ist gut so. Du hast echt eine Verzügelung, aber eine Extreme. Schlimmer als eigentlich. Warum sind alle so aggressiv auf mich? Ich tue denen doch gar nichts. Ich teste noch ein bisschen. Alter, das sieht gefährlich aus. Habt ihr gesehen, wie viele Muskeln der hat? Manche Angst kriegen und der ist zu hübsch. Hübsche Menschen mag ich nicht. Der hat auch zu viele Muskeln. Oh, scheiße. So. Damit haben wir hier jetzt geklärt, wer hier erwünscht ist und wer nicht. Und wer hier der geilste ist. Ich brauche nur einen Basie. So. Na gut, der Pool streams. So, gehen wir mal wieder ins Internetcafé. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Ich liebe das. Ich kann es einfach nicht lassen. Das ist zu geil. Oh, die kann was einstecken. Das sind immer die, von denen man es nicht denkt. So. Jetzt aber wieder an die Arbeit. Ich habe nicht was zu tun. Genehmigen, genehmigen. Und nochmal genehmigen. So, was macht der Bitcoin-Markt? Nicht viel. Wir haben schon wieder ordentlich Bitcoins gefarmt. Das ist schon wieder 17.000. Oh, bewert... Oh, gute Bewertungen. Schön. Schön, schön, schön. So. Anni, noch da? Anni, sag mal. Welche soll ich aufmachen von denen? Hau raus. Links, rechts, oben, unten, die wievielte. Ich höre auf dich. Wenn ich Geld verliere, bist du schuld. Okay, ich bin jetzt bei mir gerade im Stream. Ich habe den ja selbst offen in der Stelle, wo ich dich frage. Das heißt, jetzt hast du zu antworten. Außer du hast wirklich eine extreme Verzögerung. Oh, da wollte ich abhauen, nur zu zeigen. Und wir warten. Und wir warten. Ja, Anni lässt sich Zeit. Das ist grüne. Na, du musst von denen hier, wo öffnen steht, hier unten, wo die Maus ist, ein auswählen. Oh, da wird wieder wieder abhauen, zu zahlen. Komm, du willst doch zahlen, oder? Nein? Okay. Ah, der wird zahlen. Wir müssen am Auge rubbeln. Juckt. Links. Ja, wow. Links. Es gibt... Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Felder, die links sind. Können Sie sowas sagen, wie erste Reihe, dritte Spalte oder so, was weiß ich. Erste Reihe, das vierte, erste, zweite Reihe, das dritte, alles möglich, unten, links unten, hier. Okay. Oh, ich habe Verlust gemacht, danke. Hast du ja toll hinbekommen, Anni. Du bist scheiße. Oh, da gab es Kohle. Genehmigen, 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 genehmigen. Oh, das ist scheiße, Anni. Du schöne Frau. Die mit dem Arsch wackelt. Ich habe gutes Personal. Das kann man nicht anders sagen. Du, 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 du. Was sagen meine Punkte? Ich muss halt hier hin, damit ich mir mehr Miner kaufen kann. Für die Bitcoins. Ah, Kartenzahlung. Sehr schön. Und Trinkgeld. Nice, der Scheiß. Das macht mein Hotdog-Stand. Ah, der verliegt nicht viel. Ich bin aber ehrlich, bei dem Typen, der hier nachts auf der Pappe schläft, habe ich auch keine Hotdogs kaufen wollen. Die sehen schon ein bisschen ranzig aus. Ja. Das war kein gutes Investment. Ach, der Opa, der mich umgaunert vorhin. War bepissig. Geht doch. Das war fürs Ego. Mein Dieb. Kommen wir noch jemanden? Du bist mir zu freizügig. Beim Wehen habe ich noch was auszusetzen. Du bist ein Dieb. Oh. Du hast eine herzliche Maske. Ich brauche einen neuen Basis. Man muss ja auch ein bisschen, ein bisschen seine Zeit vertreiben. Und ich nehme als Havard das Hobby, ich schlage Passanten. Ich muss bald pennen, damit er neue Basis hat. Du bist eine Frau. Scheiße. Ich kann nicht schlagen. Ich, ich, ich. Zieh mal alleine. Du bist eine Frau, aber wohl nicht das gute Tuchstarkoment. Du bist Trump. Scheiße. Wieso sind alle so viel stärker als ich? Ich könnte heulen. Naja. Oh, du willst zahlen. Genehmige mal eben. Wir wollen ja auch reich bleiben. Cooler habe ich eigentlich. Ich finde 9000. Okay. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass ich verarme in nächster Zeit. Wir könnten mal neue Wände machen. Ich habe ja jetzt das Geld dafür. Aber erstmal nochmal kurz sicherstellen, dass die richtigen Leute eins auf dem Ausbau bekommen. Du hast den herzlichen Bad. Da ist wieder einer zu freizügig. Schlampen sind hier nicht erwünscht. Scheiße. Hi Polizei. Ich habe nichts getan. Schön, dass du derselben Meinung bist. Schon wieder zu freizügig. Aber ich mag das Outfit. Jetzt haben wir die Straße ein bisschen gesäubert. Da ist noch ein Attentäter. Perfekt. Seht ihr, Leute? So geht man in der Nachbarschaft um. Da ist viel Courage hier. Genehmigen, genehmigen, genehmigen. Bewertungen sind... Oh, hier stinkt es schon wieder. Wollen wir mal ein bisschen Raumspray. Warte erst genehmigen. So. Da duftet es doch gleich viel besser. Aber bei diesem großen Laden ist es halt ernst, mal so schnell anzustehen. Aber die Bitcoins laufen. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte renovieren. Wandfarbe. Das hier ist schon fancy. Der Boden. Das sieht alles kacke aus, muss ich sagen. Eine Decke. Okay, schauen wir mal. Nennen wir es speziell. Nennen wir es einfach mal speziell. Hast du mich nicht von umgehauen? Hi. Gib Geld. Alter. Seht ihr euch eure Augen an? Die Seele hat den Körper verlassen. Gib Geld. Oh, über 1000. Okay, ich schlage dich nicht. Hier läuft auch alles top. Oh, hier kommt gerade noch mal viel Kundschaft rein. Das bedeutet Knäder. Okay, das geht aber auch viel wieder. Genehmigen. Was zu genehmigen? Wir können mal neue Sachen bestellen. Alter. Etwas kälter als normal. Vor allem sollten wir neue Heizungen bestellen. Es ist schon mal sehr kalt hier drin. Okay. Wo sind die Heizungen? Heizungen, 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 Heizungen. Was war ein Painting? So Bilder. Ah ja. Das ist doch hübsch. Ich habe erst Geld. Wo ist jetzt... Da. Ich kriege nur das Teuerste. Ein paar direkt. So, perfekt. Kaufen. Schon wieder die mit dem Nutten-Outfit. Ey. Wir sind ein anständiger Laden. Hier gibt es sowas nicht. Ist ja nicht zu fassen. Wo bleibt mein Kamele. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Aber wir sparen ja eigentlich fürs Kaffee, damit wir eine Bitcoins machen können. Wir können das ja freischalten. Jetzt fehlen nur noch 300 für Bitcoin-Rang 3. Da kommt mein Kamele. Gibt heute aber nicht wirklich Gas. Wir wollen Leute zahlen. Lass mich... Lass mich doch hier... Es ist mein Laden. Lass mich hier mal frei laufen. Gott. Anni eigentlich noch da? Hast lange nichts mehr geschrieben. Oder hast schon wieder keinen Bock auf mich? Ah, der Kamele war da. Perfekt. Okay. Mal gucken, ob sich die Bilder irgendwie lohnen. Hier haben wir ein Bild. Kommt hier ein Bild. Sieht aus wie die Wand. Und in Farb... Ein Dieb. Hier noch eine Heizung. Auto natürlich. So. Hier noch eine Heizung. Wenn es den hier allen so kalt ist. Ich habe kein Problem damit, das ein bisschen aufzurüsten. Hinten ist schon eine. Aber hier noch eine hin. Auto. Perfekt. Also da kann sich jetzt... Ups. Tü anfragen? Nein. Okay. Hier. Noch ein Bild drüber. Mit einer Heizung. Die kommt natürlich nach oben. Dann kann sich wirklich keiner mehr beschweren. Hier noch eine hin. Bei der Heizung den Mittelfinger zeigen. Bis da. Na dann. Und nebenbei Musik können also. Da bist du voll und ganz auf mich konzentriert. Da fällt mir ein... Wo ich gerade von Musik rede. Und auch Ingame Musik. Ich glaube der war gut. Ja. Ja. Jetzt machen wir mal ein Bild. Hier. Küche. Heizung nach oben. Also wenn jetzt noch mal jemand sagt, dass die Temperatur hier nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt noch Anfragen. Ne. Ich wünsche der Serie etwas wärmer. Ich wünsche mir gerade, dass ich Höhen 5 Grad. Ok. Höhen. Ist oben aus? Ne, nicht einfach. Habe ich oben eigentlich Lampen? Tatsächlich nicht, aber es ist trotzdem hell. Bein von unten wohl durch. Ok. Ich hätte noch Bilder, ne? Ja, zwei Stück. Hier ist der Klo und da kann ich auch ins Klo. Ja, hier ist Kacke rum. Da muss der Staubsvervorteil gleich drum kümmern. Komm mal. Geben selbst. Komm mal. Geben selbst. Komm mal. Komm mal. So. Voll laut. Voll jetzt nicht so. Besser. Frauen. Ey. Immer nur am Meckern. Ein Bild habe ich noch. Na oben. Erstmal mit Fragen regeln. Genehmigen, genehmigen. So. Geben noch kein Bild. Dann hier hin. So. Alles hübsch jetzt. Alles hübsch. Alles voller Heizungen. Könnte da keiner beschweren. Genehmigen. 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 So. Virenscannen. Premium mal wieder buchen. Bevor es wieder Viren gibt. Ob ich Rechnungen zu bezahlen. 25.000. Ey. Ich bin so reich. So. Spielen wir ein bisschen Slots. Yeah. Ich verstehe das Spiel mal auch nicht. Wir können Freispiele kaufen. Mal gucken, ob lohnt. Wir haben 10.000 investiert. Wie viel kriegen wir raus? Nichts. Nichts. Eine Anfrage. Genehmigen. Genehmigen. Oh, das ist passiert. Wir haben 25. 125. Ja. 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 Da haben sich die 10.000 investment gelohnt für 250 gewinnen. Aber sowas von. Und zahlen. Gut. Ähm. So. Wir laufen durch meine Miner, je Arschlöcher. Oh, da geht eine scheiße. Mit mir 34. Ach du Arsch. Jetzt hier ab. Wie er nicht. Wer scheiß denn des Waschbecken? Hey. Löt' das mal nicht. Da waren die alle ordentlicher. Das Spiel ist echt faszinierend Zehner eingenommen Mal gucken, ob ich vielleicht noch Grafikkarten kaufen kann Die meiner konnte ich gestern nicht mehr kaufen Ach, ich war doch gar nicht schlafen, oder? Vielleicht ist es auch noch nichts Stimmt Dann gehen wir mal eine Nacht pennen Alter, meine Augen Ich bin voll am Tränen, die scheiß Teile Den, der gefällt mir hier nicht Ein Cowboy, nee Ein Cowboy ist voll altmodisch, das mag ich nicht So Jetzt, wo ist meine Bude? Hier Du hast farbige Haare, mag ich auch nicht Alter, du bist hier ausgewichen Lass mich mal kurz Ausdauer regenerieren Ausdauer regeneriert Regeneriert, Ausdauer regeneriert Sind wir halt voll Ach, und die irgendwie harfarbige Okay Ein bisschen Abstand gewinnen Ey Schock mir nicht zu, der Ist doch nicht zu fassen Ey, Leute Ich hab das Gefühl, ihr seid nicht auf meiner Seite Okay Okay, ich flieh'r Rauf, 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 rauf Rauf Nein Fuck Fuck Ja, schon wieder eine haarfarbige Ich kann nicht anders Ich muss bei meinen Prinzipien bleiben Also es haarfarbige sind böse Ich hab ihr ein bisschen den Hals verdreht Die armen Frau Ich kann einfach nicht sein lassen, irgendwelche Leute zu schlagen Das macht zu viel Spaß Wir gehen rauf Ab ins Bettchen Neuer Tag, neues Glück Spiel gespeichert Das ist schön Das ist schön Gleich schon fast eine Stunde rum Ich glaub, dann können wir wieder in The Witcher rein Wir haben ja fast das Level, was ich für die DLCs brauche Wieder ein bisschen bequemer hinsetzen Jetzt ist sie auch nicht so extrem auf meinem Pickler am Arsch Turist Oh Police Kann ich nicht schlagen Okay Haarfarbig Das war ein guter Run Maskiert Okay Moment Ich hol mir kurz mal einen Meinungsverstärker Meinungsverstärker Da ist er So Meinungsverstärker hat funktioniert Wir sind einer Meinung geworden Vermutlich blind Breizügig Breizügig Aber noch Da kann ich gar nicht Da fällt mir gar nichts zu ein Oh Hat angefangen Was ist los mit den Leuten? Warum können die so gut auszeilen? Oh Hier gibt's viel zu genehmigen 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 Oh, da kommt gleich Kohle rein Schwer so laut Mag Andi nicht Dann machen wir leiser Leiser Es kommt ja auch ein Wort nicht Ist nicht bei mir in den Laden gegangen Ich kann es einfach nicht sein lassen Nicht freizügig genug Ups Scheiße Da hab ich außerdem zwei auf einmal gehauen Das war nicht der Plan Da hol ich mir nochmal einen neuen Basie Schon wieder Musik Okay Wo sind die beiden? Ach ja Wir werden dem Typen Und die nicht freizügig genug So Ich glaube mittlerweile haben wir jeden Charakter hier mal umgehauen Ich hab gesagt, du bist nicht freizügig genug für meine Stadt Warte Nein, 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 nein Ich hau mal lieber ab Dummes Shirt, da kümmere ich mich aber später drum Oh Redhead Okay, Redhead ist weg Ich freu Wo kommt das jetzt her? Egal, gehen wir mal speichern Wir gehen in den Switcher rein Ich hab hier genug rumgeblödelt Aber den hier mach ich eben noch schnell Weil der seine Käppie falsch rum trägt So Uh, 1000 Euro nochmal eingenommen Perfekt Rauf mit mir Uh, nein Rauf mit mir Hab ich fast beim Basie nochmal 1000 Euro eingenommen Gute hab ich Na, ich bin einfach reich Wie viele Punkte hab ich? Nicht, wir können gehen wir mal speichern Erst in 5 Stunden Na gut, dann Können wir uns zwei noch ein bisschen vertreiben Komm runter Kann ich vielleicht körperlich noch ein paar Sachen pushen? Hey hier, Baseballkämpfer Da schlägt es wieder Blitz Ein Ja, ja Okay Hm, nicht schlecht Ich find ich eigentlich von hübsch mit dem Outfit Aber hey Soll mal machen Wie weicht die jedes Mal aus? Was ist los mit der Braut? Dürfte ich mal ganz kurz? Oh, das wollte ich nicht Ich würde den hier haben, danke Ey, guck Warum schlagen die zu zweit auf mich ein? Das ist Das ist asozial Zwei gegen ein ist nicht fair Dafür mach ich dich platt So Bläh, du machst Sport Das ist ja widerlich Ich glaube, ich sollte echt eine Therapie machen Das würde nicht schaden Du glänzt Das ist ja gar nichts Das war Das war sauknapp Bist ein Dieb Ein Attentäter Also jetzt weiß ich Dass man das Leben wieder voll ist Oh, gut Das ist eigentlich der Nebel Reitet Die ist vielleicht Das ist ja im Probieren Die wigen Okay, er sei nach Verschwunden Die Musik kickt Ich fühle es Leute oh die gehen scheißen kommen wir doch mit spül doch ab du bitch wo hab ich denn eine spülung oh staubi kommt hier gleich rein er hat gespielt das sind ihre mann ich glaube hier liegt scheiße rum staub staubi die kacke liegen wie viele leute hier reinkommen die münchen die münchen die münchen bekommen Komm, wer von euch zahlt nicht? Alter, guckt einfach mal der Tanga raus. Nice. Ei! Einfach ohne Grund. Weil du ein Terrorist bist. Ah. Das ist sehr relaxend. Aber ich muss sagen, ich bin müder als ich dachte doch noch. Taui. Ah, Huni. Gehen wir nochmal Richtung Penn. Du bist ein Terrorist. Ich will dich nicht. Auch da. Oh, MeinungenTV ist live. Wäre ich an einen nie drauf bekommen. Danke Handy. Diese schöne Info. Geht doch. Bei hier haben wir. Hm. So. Hauptmenü. Ausfahrt. Ähm. Vollbild. Ausfahrt. Ausfahrt. Ja, ich bin sicher. Verdammt. Ich lass mich raus. So. Kategorie. Just. Chatting. Aber gleich gehen wir zu The Witcher. Aber ich brauche jetzt mal einen Moment für mich. Was soll ich jetzt schon wieder aufgehen? Ich bin schon ziemlich K.O. Ich weiß gerade nicht wo das herkommt. Was sagt ihr Leute? Sind ja gerade zwei da. Meint ihr streamen oder pennen gehen? Oder streamen wie ich penne? Es gibt unendliche Weiten an Möglichkeiten. Hm. Hm. Ich hab echt keine Hobbys. Die Sache ist, wenn ich mich jetzt gleich hinlege und doch wieder fit bin, werde ich es bereuen. Schlafengang zu sein. Hm. Mein Kopf fühlt sich aber schon sehr schwer an. Ich hatte heute auch keinen. Ich glaube ich hatte gar keinen Mittagsschlaf heute. Ja. Ich glaube dann gehe ich offline. Nacht Leute. Hab euch lieb und so. Ne hab euch nicht. Ihr seid scheiße. Ich bin heute auch mal aus. Aber wie du hast das Danke gemacht. Vielen Dank.